Schon wieder ein Video von Galaxy Games? Oh nein, wie guck ich mir das nur an? Ich hab doch sowas von keine Zeit dafür. Ich hab doch ein Leben. Was sagen die Leute von Galaxy Games? Saras, das ist ja ein ganz netter Typ. Und ich mag seine Witze und seine Art, aber ich hab einfach nicht die Zeit, 20 Minuten in seine Videos zu investieren. Das tut mir ja auch leid für mich. Ich kann ihn ja gut leiden. Was halten Sie von Justin Bieber? Er ist ein Gottverdammter. Also, was tun wir, um die Videos trotzdem zu gucken? Jetzt ist Schluss damit, denn wir haben eine Idee für euch. Halbiert einfach eure Fenster. Juhu. Ihr könnt immer noch Facebook-Kommentare schreiben und die Videos gleichzeitig angucken. Ist das nicht klasse? Was können wir denn noch alles machen, während wir die Videos gucken? Ganz einfach. Wir können zum Beispiel einkaufen bei Ebay. Oder wir können uns Lehrfilme anschauen. Oder noch besser, wir schreiben Nachrichten und Briefe an unsere Freunde. Oder wir gucken Galaxy Games doppelt. Vierfach oder noch besser. Gleich sechsfach. Der Spaß hört nicht auf, meine Damen und Herren. Also, möchten Sie so cool sein wie Bushido? Oder doch lieber amerikanischer Gangster-Rapper Tupac? Oder mal so richtig cool wie der Fettsack aus Hangover? Hm. Dann liked unseren Channel. Wie viel kostet eigentlich das Liken? Nichts. Puh. Ja, unglaublich aber wahr. Wir zeigen euch mal, wie das geht. Ihr klickt da oben auf Abonnieren. Auf mag ich. Und dann kommentiert ihr unsere Scheiß-Videos. So wie ihr es möchtet. Schreibt uns ein. Hinterlegt uns einfach immer einen Kommentar. Was bringt euch denn alles dieses Liken von dem Channel? Naja, euren Omis wird geholfen. Die bleiben nämlich am Leben. Obdachlosen wird irgendwie Geld gegeben. Und Justin Bieber-Fans werden wieder in die Wildnis aufgelassen. Das ist euch noch nicht genug? Wir haben noch viel mehr. Sabas schreibt noch nebenbei eine Horrorgeschichte, die ihr ebenfalls auf Facebook liken und lesen könnt. Völlig umsonst. Sie ist morgens nicht amateurhaft und schlecht geschrieben. Yipp yo yay. Also, worauf wartet ihr denn noch? Werdet endlich Mitglied bei Galaxy Games. Wow.